Architektur verbindet Geschichte und Zukunft, Kreativität und Technologie. All das hat der Mensch erschaffen. Das menschliche Gehirn hat 100 Milliarden miteinander verbundene Neuronen. Unsere Nervenbahnen reichen 145 Mal um die Erde. Aber was macht uns glücklich? Ist es die Erfüllung unserer Träume? Für uns ist es das Schaffen von innovativen, funktionalen und kreativen Räumen. Wenn wir aber an unsere Grenzen stoßen, kann künstliche Intelligenz uns unterstützen und Raum für neue Ideen und Möglichkeiten schaffen. STAC ist die Zukunft von künstlicher Intelligenz in der Bauindustrie. Durch intelligente Datenaufbereitung und Verknüpfung ermöglichen wir neue Anwendungen für die Bauindustrie. Anwendungen, die für den Menschen entwickelt wurden und ihn in den Mittelpunkt des Handelns stellen. Ein einfacher Zugang zu unserer Plattform ermöglicht jedem davon zu profitieren. Vom KI-Anfänger bis zum Profi. STAC unterstützt effizientes, sicheres und nachhaltiges Planen und Bauen. Neue Möglichkeiten erlauben es, uns auf die wertschöpfenden Tätigkeiten unserer Arbeit zu konzentrieren, um mehr Zeit zu haben für die Dinge, die unser Leben wertvoll machen. Künstliche Intelligenz wird die Art, wie wir arbeiten, verändern. Mit STAC ins Positive. Stac. Smart Design and Construction.